was ich euch hier vorstellen möchte das ist eine entwicklung an der ich zurzeit gerade arbeite und zwar ist das von der firma rockets das power grid und das ist im grunde genommen einfach nur ein controller der tasten befehle sendet vom tablet oder vom handy aus kinderleichtes system einfach zu installieren die kommunikation läuft über wlan alles funktioniert eigentlich recht gut es gab so ein paar klippen die umschifft werden mussten teilweise musste ich makros einrichten und so was um das ganze zum laufen zu bekommen weil ja die controller dann auch nicht richtig gesendet werden jetzt mal eingeblendet auch die oberfläche so wie sie jetzt auf dem handy aussieht das ist also ein screenshot den ich da gemacht habe auf dem handy und ja auf dem tablet ist es richtig richtig groß und schön man kann also die sachen sehr schön bedienen man sieht auch alles aber auch dazu würde es noch ein movie geben wo ich das noch mal vorstelle wo ich eben meine tochter mal gebeten habe bestimmte sachen abzurufen die also noch nicht eine minute dann mit ilzo verbracht hat und das überhaupt nicht kennt und trotzdem halt in der lage war das ganze system zu bedienen eben weil sie lesen kann so wie man hier sieht auf den auf dem screenshot man sieht dass ich halt eigene bottons verwendet habe ich aber mich an die struktur beziehungsweise an die instrumente des cockpits gehalten habe jetzt habe ich den weg gewählt dass ich diese ganzen instrumente jetzt hier in dem fall ist das die fockelwolf 190 a 3 in einem 3d programm nachgebaut habe das hatte einfachen ja wie soll man das sagen so ganz praktischen grund weil ich so die möglichkeit habe das system halt in jedes spiel zu portieren ohne da an irgendwelche lizenzrechtlichen dinge zu kommen wenn ich jetzt sagen wir mal ich hätte in il 2 battle of starling grad die ganzen instrumente abfotografiert hätte screenshots gemacht hätte die hinterlegt dann wäre es mir schwer gefallen dann im nachhinein das ganze auf cliffs of dover zu bringen weil ich da unter umständen lizenzrechtliches problem bekommen hätte weil die grafiken dann halt aus il 2 battle of starling grad sind und das wollte ich nicht weil das system wird von mir so aufgebaut dass das hinterher sowohl für il 2 wie die halt auch für cliffs of dover eingerichtet wird ich muss dazu sagen für cliffs of dover wird es mit abstand das umfangreichste material von mir geben da habe ich noch ganz spezielle dinge vor aber da muss ich mit dem jg4 auch nochmal die köpfe zusammenstecken weil ich das ganz gerne in kooperation mit denen machen würde weil das alles im wesentlichen viel umfangreicher wird auch von den tutorials von allem was dazu kommt als das jetzt zum beispiel für il 2 battle of starling grad sein wird dennoch ist es so dass ich die cockpits halt einzeln nachbauen würde man sieht das hier unten in der leiste auch schon dass da halt die e7 schon drin ist und die e4 quatsch die f4 schon drin ist und es kommt auch die f2 noch dazu und so weiter und so fort wo die instrumente ja schon ein bisschen abweichen sind innen drin im cockpit aber man im grunde genommen schon so eine so eine basis konfiguration hat die eigentlich sich ja dann voneinander abweicht aber ja man kann das dann schon übernehmen und das ist zum beispiel jetzt hier in dem fall wo wir die foco 190 sehen das ist die a3 und wenn ich jetzt überlege dass die a5 dazu gekommen ist die dann eben noch die möglichkeit hat manuell den kühler zu bedienen da kommt dann ein schalter für die kühlerautomatik kommt dann noch hinzu und der schalter halt wo ich die kühlung selber beeinflussen kann also auf zu und dann ist das im grunde genommen eigentlich auch schnell portiert auf eine andere maschine das ganze system ist insofern sehr flexibel also beziehungsweise das war mir wichtig dass ich gesagt habe so ich möchte die höchstmögliche flexibilität haben das sieht man jetzt hier auf der linken seite ich stelle ich das mal vor wir haben zum einen die grids die dann importiert werden das sieht man ja unten von der bezeichnung her auch oder hat man gesehen und wenn ihr das importieren solltet dann macht ihr folgendes und zwar importiert ihr auch meine diese diese botten vorlagen so nennt sich das so und das hat folgenden grund warum ihr das tun werdet weil ihr nämlich aber ich mache jetzt mal hier die äckchen raus also noch eine allgemeine einstellung von 90 a3 würdet ihr jetzt importieren plus halt die ganzen botten vorlagen so dann seht ihr auf der linken seite wenn ihr in den editor wechselt dann seht ihr auf der linken seite seht ihr normalerweise eben diese vorlagen das ist das was ihr in dem system seht und die braucht ihr ja nicht das ist ja für das system an sich sondern was ihr braucht ist eine übersicht der ganzen controller halt jetzt so wie ich sie zusammengestellt habe so und da wechselt ihr auf eigene controls my controls und dann seht ihr hier eine übersicht aller belegungen und das hat folgenden grund das ist nämlich eine ziemlich coole sache wenn ihr mit dem aufbau meines grids nämlich nicht einverstanden seid weil ihr sagt das ist ja total bescheuert da motor an außer komme ich immer dran und dann macht er den motor aus ich brauchte in einer ganz anderen position dann löscht du den einfach markieren und mit entfernen raus und ziehst dann den knopf via drag and drop oder den controller via drag and drop in das grid rein und hast ihn an der position wo du den brauchst dann über speicherst du das entweder oder legst dir selber also grid speichern unter ein eigenes grid an und sagst das ist jetzt meins benennst das ordentlich und schluss mit lustig dann hast du das im grunde genommen so aufgebaut wie du es gerne hättest wie es dir entspricht und das war mir sehr wichtig dass wir die höchstmögliche flexibilität in dem system bekommen dass da jeder wirklich auch mit arbeiten kann und sagt ich kann mir das auch so strukturieren wie ich das brauche wie gesagt es wird wahrscheinlich auch eine warthunder version geben die aber auch anders aussieht die anders aufgebaut ist weil warthunder super viele maschinen hat aber da geht es mir in erster linie auch um eben die volle manuelle kühlungs und motorkontrolle dass man das mal so ein bisschen übersichtlicher hat und das für jeden auch etwas leichter zu bedienen wird aber das hauptaugenmerk muss ich ganz ehrlich sagen das wird cliffs of dover sein da wird es eine menge zu geben und ja lasst euch überraschen es kommen noch mehr movies in den nächsten tagen dazu wo ich halt auch mal sachen vorstellen werde wie einfach das vom handling her ist und ja ist ein tolles ding wird eine riesen wurz ich habe eine menge an der backe damit weil ich eine menge ausprobieren muss das heißt es wird ich muss zum beispiel auch auf den spiele mit einem mit einer deutschen deutschen keyboard layout aber einem englischen client wo ich sowieso schon mal alle tastaturbefehle auf die englische tastatur ähm portieren muss das ist zum beispiel jetzt sagen wir mal shift equal wäre ja dann im deutschen umschalt und sz oder ähm semikolon oder so das heißt da muss ich sowieso schon ran weil das sonst nicht läuft und ähm deswegen es wird auch eine englische portierung geben für das ganze system für die für den englischen client und den englischen keyboard layout und so weiter und so fort also es ist eine eine menge arbeit die da auf mich zukommt aber es macht spaß und es macht sinn ja bis zum nächsten movie ich wollte es mal so vorstellen bis dahin tschüss so 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 Vielen Dank.